Hallo liebe Seher von KryptoTV, hallo korruptes und vertrotteltes Österreich. Immer wenn der Adler dem Bürger auf den Kopf scheißt, steht man vor dem Landesverwaltungsgericht, so ist das auch heute. Der Roman hält das ganze einmal mehr filmisch fest, darf dann später als Zeuge fungieren und wir freuen uns total. Wir haben den Montag nach der Wahl, das heißt wir haben den 24. April 2023, das heißt wir haben 14 volle Monate sinnloser Sanktionen gegen die russische Konfederation und den bösen Putin, wir haben drei Jahre und keine Ahnung wie viele Monate, ich hätte mal gesagt drei Jahre, ein Monat und ein paar Tage, Politwahnsinn ganz generell. Und ja, wir stehen heute hier, weil ich als Beschwerdeführer einen Prozess führen muss, weil ich einst auf dem Privatgelände einer Austropatrol Tankstelle in unmittelbarer Nähe zur JVA Buch-Urstein, wo ja der Roman unlängst einsitzen musste, die ganze 45 Tage bei einer Solidaritätskundgebung gesprochen habe und offiziell hat sich die dortige Justizwache nicht gestört gefühlt. Die dort ansässige Polizei, also ich glaube die JVA gehört zum ORZ-Gebiet entweder Salzburg oder Hallein, hat sich auch nicht weiter damit beschäftigt, aber ein dienstbeflüssener Beamter, der PI Abdenau, hat festgestellt, dass ich als Zulassungsbesitzer, offiziell scheint mir die Zulassung mir zu gehören, das Auto nicht mehr, naja, neue Normalität, ich nicht obsorge getragen habe, dass mein Fahrzeug anscheinend den strengen Bestimmungen des österreichischen Kraftfahrtschutzgesetzes widerspricht. Ja, und wir werden jetzt einmal sehen, ob wir das vor Gericht abklären können, ob ich die Obsorge verabsäumt habe oder eventuell der ÖAMTC, mit dessen Prüfbericht ich das Auto gekauft habe oder eventuell die Landesregierung, die einen Eintrag zu dem angeblichen Vergehen gemacht hat und so weiter. Ja, wir werden sehen. Nun, es ist auf alle Fälle wieder eine dicke Tasche voller Akten und wir werden jetzt den Sicherheitschecker mal hinter uns bringen, weil das dauert mit meinem viel Metall immer so und dann werden wir uns wieder mörden, wenn wir wieder draußen sind. Ich war heute in aller Herrgottsruhe, kurz als Beweis, ich war heute in aller Herrgottsruhe quasi schon beim Landesgericht in Salzburg und durfte da schon als Zeuge aussagen, in dienstlicher Angelegenheit. Wurde dann auch dort von der Staatsanwältin gleich darauf hingewiesen, dass sie die Fragen stellt, nachdem sie mir eine Aussage in den Raum gestellt hat, auf den ich eine Rückfrage hatte. Ja, also wie gesagt, toller Wochenstart, zwei Gerichtstermine an einem Tag. Zum Regnen fangt es auch wieder an. Ihr wisst ja, die Dürre in Österreich. Luisa Neubauer hat es besprochen. Wir machen da jetzt einfach einmal den Aufgang in Zürich. Weil es so toll ist. Nein, da gehen wir ein paar Meter. So, der Roman ist als Krawalljournalist und von mir mitgebrachter gestellter Zeuge, den man gar nicht anhören wollte. Ist halt so, schon wieder fleißig und hat die Corona-Regeln festgehalten. Fakt ist, wir haben einen Lokalaugenschein gemacht, weil ich hier mit dem Auto und dem Roman hier bin. Dabei hat man festgestellt, es ist fragwürdig, es ist dubios, aber es dürfte wohl alles so sein, wie ich angegeben habe und wie alle bisherigen Prüfer und Mitarbeiter von ÖAMTC-Landesregierung und der Exekutive Salzburg festgestellt haben. Der gute Mann von der Trachtentruppe aus Abdenau scheint ganz besonders genau und besonders streng zu sein. Er hat auch jetzt auf dem Gelände des Landesverwaltungsgerichtsparkplatz noch einmal meinen Pickerl in Andenschein genommen, aber er dürfte zufrieden gewesen sein. Ich bin da schon gespannt, was demnächst alles als erneute Post bei mir eingeht. Sei es wie es sei, das schriftliche Urteil wird im Laufe des Mai noch überstellt, aber der Richter hat mir zugesichert, dass es entsprechend der Anklageschrift wohl so ist, dass meine Beschwerde stattgegeben wird. Also ich werte das sozusagen als einen mehr oder weniger falschen Freispruch. Und ich danke meinem zweiten Zeugen, der auch zum guten Aussehen heute hier war. Der wurde nämlich auch nicht einvernommen, weil es nach dem Lokalaugenschein eigentlich gar nicht mehr notwendig war. Und ich werde mir jetzt meinen Frust von der Seele trinken mit Flüssig-Sprengstoff, den man beim Security-Checkpoint nicht durchgelassen hat. Also, Flüssig-Sprengstoff. Ja, und damit sind wir eigentlich an diesem unglaublich spektakulären Montag für heute fertig. Ich knuddel jetzt meinen Zeugen. Es tut mir total leid, dass ich dich herzigiere, damit man dann sagt, nein, Zeugen brauche ich doch keinen. Hauptsache spannend bleibt es. Fand ich spannend. Der Kollege von der Trachtentruppe in Abdenau hat allerdings auch bemerkt, es haben ja da anscheinend mehrere Fahrzeuge gepackt, die kein Pickerl gehabt haben und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, wir werden dann demnächst hier weitere Verhandlungen führen. Naja, es bleibt also heute lustig im Land, wo einem der Bundesadler in pink auf den Kopf scheißt. Und damit genug der Rede, weil sonst wird das Video wieder zu lang. Jetzt können wir uns voller Inbrunst auf den Friedensmarsch, die Friedenswanderung von Max konzentrieren. Und eventuell habe ich dann bis dahin sogar ganz legal ein Auto, mit dem ich ihn wieder abholen darf. Ja, was das mit Max Friedenswanderung anhat, das schaut sich einfach an. Damit herzlichen Dank den treuen Sehern von KryptoTV. Danke den Zeugen, danke dem Roman, danke den Gerichtskiewitzen, die da so euphorisch rumstehen und jetzt die nervliche Zigarette brauchen. Und ja, eine gute Fahrt, korruptes und verdroddeltes Österreich. Haben wir wieder einen Sieg erreicht, so soll es sein. Baba, pführt euch. Ja, das glaube ich dann erst, wenn ich es schlüpflig habe.